Hallo und herzlich willkommen beim Küchenkönig. Ich bin der Tobias und heute werde ich dir zeigen, wie du eine Hochdruck-Küchenarmatur austauschen kannst. Als erstes entfernen wir die Spülschranktür oder den Mülleimer-Auszug. Damit man richtig an die Eckventile drankommt und die Küchenarmatur montieren kann, ist es am besten, den Zyfunk zu demontieren. Das werden wir jetzt machen. Holt euch auf jeden Fall einen Eimer und einen Putzlappen dazu. Den Schlauch vom Abwasser vom Geschirrspüler könnt ihr auch wegschrauben. Und dann lohnt es sich auch, den Zyfunk komplett zu reinigen, gegebenenfalls auch auszutauschen. Wenn ihr den Zyfunk demontiert habt, reinigt und trocknet den Spülschrank. Dann schließen wir die Eckventile nach rechts. Einmal warm, einmal das Kaltwasser. Stellt jetzt nochmal einen Eimer darunter. Öffnet das Warm- und Kaltwasser, um zu überprüfen, dass die Eckventile wirklich dicht sind. Bekommst du die Eckventile nicht ganz zugedreht, sind diese wohl verkalkt und sollten getauscht werden. Schau hierzu das Video Eckventile tauschen an, bevor du weitere Schritte hier ausführst. Nachdem wir die Eckventile zugedreht haben und nochmals überprüft haben, ob diese auch wirklich dicht sind, werden wir oben die Rohrzange ansetzen und mit einem 19er Gabelschlüssel die Verschraubung nach rechts drehen. Die Verschraubung des Flexschlauches muss nur ein wenig gelöst werden, dann können wir es ganz normal abdrehen. Auf der anderen Seite machen wir das ebenso. Unter die Eckventile stellen wir jetzt den Eimer, öffnen einmal das Warmwasser und einmal das Kaltwasser, damit das Wasser komplett aus den Schläuchen entfernt wird. Schaut bitte, dass ihr die Armatur bei der Demontage festhaltet, damit diese nachher nicht in die Spüle reinstürzt. Zieht die Armatur dann nach oben heraus und legt sie beiseite. Jetzt werden wir die Armatur mal auspacken. In meinem Fall haben wir hier jetzt eine Edelstahlarmatur ausgewählt. Hier haben wir die zwei Fleckschläuche und haben hier dann noch die Stabilisierungsplatte. Diese ist in meinem Fall jetzt nicht so wichtig, da wir hier eine Granitspüle haben. Haben wir aber eine Edelstahlspüle, so wird die Küchenspüle an der Stelle, wo die Armatur befestigt wird, nicht so stark wackeln und mit dieser Platte etwas überbrücken. Diese Befestigung ist jetzt etwas anders als bei der demontierten Armatur. Wenn ihr die Armatur dann ins Becken reingesteckt habt, dann kommt die Stabilisierungsplatte, dann macht ihr das Gummi hin, dann kommt die Metallscheibe und zu allerletzt kommt dann die Verschraubung. Diese schraubt man dann komplett einmal zu, gut handfest anziehen und dann mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher immer abwechselnd anziehen. Jetzt setzen wir das aber auch mal um. Bevor wir jetzt aber mit der Montage beginnen, werden wir erstmal die Fleckschläuche einsetzen für das Kalt- und Warmwasser. Ich habe hier zwei Schläuche, diese sind gekennzeichnet, einmal mit einem blauen, einmal mit einem roten Strich. Blau ist für Kaltwasser, rot ist für Warmwasser. Ich habe hier jetzt eine Markierung, einmal für Warm- und Kaltwasser. Habt ihr das nicht, zeige ich euch jetzt gleich, wie ihr das überprüfen könnt, wenn anhand der Anleitung das nicht rauszulesen ist, wo das Kalt- und Warmwasser angeschlossen wird. Wir drehen jetzt hier unseren Schlauch rein. Eine Dichtung sitzt hier schon dran. Diese ist normal immer integriert. Wir drehen diese ziemlich feste an, ohne den Schlauch zu knicken oder zu biegen. Wir nehmen keine Zange, keinen Schlüssel. Und dann können wir einfach mal den Kaltwasser, Kaltwasser wäre jetzt hier, den öffnen wir jetzt. Dann können wir einfach den Fleckschlauch nehmen und blasen einfach mal rein. Wie man hören kann, kommt hier Luft raus. Man spürt es auch. Das heißt, der Schlauch wäre richtig angeschlossen. Falls ihr natürlich so Markierungen habt, ist das natürlich ganz leicht. Falls ihr diese aber nicht habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu prüfen. Ansonsten habt ihr nachher beim Warm- oder Kaltwasser eins von beidem vertauscht. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir setzen jetzt auch den zweiten Warmwasserschlauch noch ein. Drehen den wieder rein. Und ziehen ihn gut an. Dann werden wir die Armatur reinsetzen. Fleckschläuche nach unten zuerst durch. Am besten ist natürlich, jetzt wird einer halten. Hier haben wir einen sehr großen Hebel. Wir wollen natürlich die Küchenspüle nicht beschädigen. Wenn ich eine Armatur alleine montiere, dann habe ich immer einen Zug auf den Fleckschläuchen, damit bei der Montage die Armatur nicht ins Becken stürzen kann. Jetzt fädeln wir die Verteilerplatte und die anderen Teile ein. Wenn ihr Hilfe habt, kann natürlich die ganze Zeit jemand schauen, dass die Position passt. Wir haben dies jetzt nochmal passend gemacht. Jetzt werden wir die Mutter nochmals nachziehen. Nehmen dann einen Kreuzschlitzschraubenzieher P2 und ziehen links und rechts gleichzeitig im Wechsel die Schrauben an. bis diese richtig satt anliegen, drehen wir diese zu und überprüfen oben nochmal den Sitz der Armatur. Diese Armatur ist auf jeden Fall bombenfest. Bevor wir die Fleckschläuche anschließen, spülen wir die Leitung durch. Wir nehmen hierzu einen Fleckschlauch, schließen diesen nur von Hand an, nehmen uns einen Eimer und öffnen das Eckventil. Das genügt. Auf der anderen Seite machen wir das ebenso. können wir wieder zudrehen, den Schlauch entfernen. Dann kommen wir auch schon zum Wasseranschluss. Wir fangen mit dem Warmwasseranschluss an. Wenn euer Fleckschlauch ebenso lang ist wie meiner, meistens ist er zu kurz, muss verlängert werden. In meinem Fall ist er jetzt aber zu lang, weil das Eckventil sehr hoch sitzt. Schaut darauf, dass wir hier keinen Knick bekommen. Höchstens so sollte die Biegung sein. Alles andere wäre schlecht für das Geflecht und den inneren Schlauch. Ist euer Fleckschlauch zu kurz, müsst ihr diesen verlängern. Nimmt hierfür einen Verlängerungsfleckschlauch mit einem Außengewinde, das hier auf die Verschraubung passt und das andere Ende sollte natürlich ebenso wieder eine Überwurfmutter haben, wo wir direkt ans Eckventil anschließen können. Wir schrauben handfest die Fleckschläuche zusammen und klammern die große Verschraubungsmutter. Mit einem 17er Gabelschlüssel ziehen wir die Verschraubung fest. Und dann könnt ihr ganz normal den Schlauch ans Eckventil anschließen. Achtet auch darauf, dass die Dichtung drin sitzt. Dann könnt ihr den Fleckschlauch auflegen und andrehen. Haltet jetzt das Metallteil oberhalb der Verschraubung fest, damit der Fleckschlauch sich nicht winden kann. Setzt den 19er Schlüssel an und dreht nach links. Auf der anderen Seite machen wir das ebenso. Feste andrehen. Mit der Zange oben wieder halten und mit dem 19er Schlüssel nach links drehen. Jetzt bin ich gespannt. Wir öffnen mal das Kaltwasser. Funktioniert. Einmal das Warmwasser. Und Warmwasser kommt ebenso. Spritzt es bei eurer Küchenarmatur zu stark, ist der Druck wohl zu hoch eingestellt. Habt ihr diesen Fall, könnt ihr natürlich das Eckventil etwas zudrehen. Achtet aber darauf, beim Kaltwasserventil nur minimal dies zu tun, da der Geschirrspüler ansonsten zu wenig Wasser bekommt und eventuell ein Fehler angezeigt wird. Öffne jetzt die Armatur und lass das Wasser laufen. Überprüfe die ganzen Verbindungen, ob diese auch dicht sind. Selbstverständlich auch am Eckventil. Falls ihr undichte Stellen habt, löst die Verbindung nochmals und zieht diese nochmal fest. Wenn alles dicht und überprüft ist, können wir wieder das Mülleimersystem einbauen oder eure Tür einnehmen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch geholfen und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert und teilt meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag Tschüss, bis bald beim Küchenkönig. Euer Tobias